So Leute, wir kommen jetzt gerade von der State of Play von Horizon Forbidden West. Und hier auf dem Kanal ist das jetzt Video Nummer 2 von Horizon Zero Dawn. Lektionen der Regnis. Oh, die State of Play version hat. Ok, also wir müssen jetzt noch dort hinten John Bordello aus dem Busch befreien, weil der ist runtergeflogen. Da wo das nicht stoppen ist. Fast geschafft. Zumal? All right. Ilimit attack! Schreie! Wow! Was? Oh, ja, ganz gut! Soll ich dem jetzt sagen, ich habe hier der Gerät? Scheiße. Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Wenn du dich im hohen Gras suchst, bist du vor Gegnern sichtbar, sei denn sie sind bereits gewarnt und so nah. Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Dich nicht auf der Wächter. So, okay. Wie gehts Ihnen auf dem Wächter? Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Wie geht's Ihnen auf dem Wächter? Wie geht's Ihnen auf dem Wächter? Oh nein, ich bin jetzt schon. Ich bin jetzt schon wieder drin und weg. Wie geht's Ihnen auf dem Wächter? hast du das ist nicht alles wie ich bin aus dem weg wie machst du das? oh nein, der Wächter hat mich gesehen wie macht das? ist ja ein vollkommenes Stück Scheiße oh nein, der Wächter hat mich gesehen oh nein, der Wächter hat mich gesehen halt die Fresse heutzutage wie machst du das? wie ist das möglich? 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 wie ist das möglich, wie ist das möglich? Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Stein ins Fes. Schieß mal auf den Bergenzoll. Entscheidungspunkte widmen mir eine Emotional-Wahlzutreffen. Oh geil! Wie Ehleub ihre Persönlichkeit zurückliegt an dir. Wähle um... Stell dich Ehleub der Hausfrau direkt. Wähle. Heiß ich um einen Klepphorn weniger offensichtlich herangehen soll. Wähle. Zieh auf seinen Kopf. Lass seinen Stein fallen. Schlag ihm den Stein aus der Hand. Ha! Stein in die Fresse! Aloy, das geht nicht. Linda, weg von dort! Weiter beruflich! Oh, du blutest. Lass mich mal sehen. Hier. Halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist es nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus. Jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Einen Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mach ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja! Komm! Dein Training ist, ein, Trumpf, pię. Beitesgelst. Ich binGI, imμα. Ich hab mich nicht gesehen. Oh, das ist so schön. 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 Oh, das ist so schön.